Hier ist wieder der Ritsch für euch. Der letzte Tag nach einer legendären Woche. Leider ist es schon vorbei. Ich wollte von euch wissen, was geht bei euch im Kopf sofort? Die Woche war sehr schön. Es war sehr erhobsam, sehr anstrengend gleichzeitig. Es war einfach nur super. Und ich bin auch sehr traurig, dass ich heute schon haben muss. Ich habe ein Showprogramm geliefert, das außergewöhnlich ist. Das ist einmal etwas, das noch nie da war. Eine Woche einfach wirklich, wie man sagt, eine legendäre Woche, eine der schönsten Wochen in meinem Leben. Die Partys und die Mädels, die so neunt Knutschflecken auf meinen Hals gemacht haben. Das werde ich nie vergessen. Ich habe schon Angst vor deiner Mama. Mama, das war ein Saugknopf, das war ein Unfall. Wirklich. Man kann es nicht in so wenigen Worten zusammenfassen. Einfach nur legendär vielleicht. Legendär ist das Wort dazu. Unglaublich. Eine einzige Party, kann man sagen. Von früh bis spät. Einfach die Stimmung, das schöne Wetter, die Leute. War cool. Wirklich. Echt sehr zufrieden. Es war einfach eine frohe, schöne Woche. Ich habe jeden Tag früh genossen. Am Tag haben wir sich immer auf die Nacht gefreut, und in der Nacht haben wir sich immer auf den Tag gefreut. Spaß und Gespräche, einfach irrsinnig viel nach. Es war eher so das Gefühl der Gemeinschaft und so. Einfachgewöisesommt這些. Ja, das ist das sinnlijk. Kreia Sport für uns hier auflegen. rememberНет, das ist die Goldenss and Sandy Luie, sindne. und und wir sind. whoa,